Hallo zusammen! In diesem Video zeige ich euch die Quest an der Spitze des Widerstands anzunehmen bei Altwies der Leidende in die Täufer-Sum-Up auf der Webne Kommandozentrale Oberwes Stockwerk an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Nehmt die Quest an und darf dann diese Speer-Karte hier anklicken. Das ist dieser Tisch hier an dieser Position mit Koordinaten. Ist ja gleich daneben. Für die Quest ist es völlig egal welches Gebiet ihr auswählt. Ich wähle Azuna. Klicke dazu mit der linken Maustaste dieses Ausrufezeichen hier an. Nehme an und damit ist die Quest erledigt. Darf dann bei Altwies der Leidende abgeben. in die Täufer-Sum-Up auf derselben Ebene. An derselben Position. Koordinaten. Hoffe ich konnte euch helfen. Ciao!